Ich hätte gerne Visionen und nicht ich persönlich, sondern ich glaube viele Menschen in diesem Land würden gerne wissen, was ist unser Zielbild und zwar ganz konkret, welche Innovationen, welche Industrien wollen wir hier ansiedeln? Wollen wir in Deep Tech rein? Wenn ja, kostet das Milliarden, dann müssen wir die auch zusammenbringen. Ein Wachstumsfonds, wie er jetzt ins Leben gerufen wurde, ist ein Anfang. Macron macht das Siebenfache, der macht sieben Milliarden, wenn wir eine machen. Vielen Dank.